Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir mal so einen 50.000 Packchen auf. Einzigartiger Topspieler in einem Set vereint. 12 Spieler, alle Gold, alle selten. Mal schauen. Also Nosepack und mal schauen wer kommt. Es öffnet sich und Ugo Lory. Ja, kann besser sein. Wir haben hier noch Pujol, Jovinko, Lory mit 84 Besten. Oh mein Gott. Klose, Walcott, Kulu, Carol, Egredo, Kandreva, Gix. Okay, ja, das Packchen war neu. Scheisse, man. Die Goulory. 10.000 oder so, wenn überhaupt. Äh, ja, und die Mannschaft mehr aus. Dann Pujol gar nicht wert. Verein Klose gar nicht wert. Negredo gar nicht wert. Marga ist sogar noch doppelt. Wir sind in dem Verein. Es läuft. Äh, 4-10 möchte ich anbieten. Dann... 700. Äh, das haben wir aber gekauft. Wer ist denn das noch mal? Alter. Es läuft. Der Mangel kann auch noch Kopfball. Benjo, Winko ist noch gut. Mannschaft. Walcott. Ja, Paysura Nr.1. Neue Verein. Dann Kandreva kann ich sicher auch irgendwann noch brauchen für mein Itauteam. Äh, ja. Ein Kulu, das ist ja nicht so stark. Letztro stärker war. Gix. 40 Jahre alt. Alter sein. Ja. Eben, den Mangel brauche ich auch nicht. Ähm, was wollen wir mit denen? Alle Abstosser. Äh, äh, äh. Aus den Kudel... ...nen F1. Aber da die andere. Der andere schaß alles. Abschlusser. Also, schaap. Äh, das ist g'si. En Scheiss haben wir zogen. Lorie und Pujol sind die Beste g'si. Äh, ja, ich seh dich dann bis nächstes Mal und schaap.